Genauso wie man sozusagen Vokabeln lernen muss im Datenschutzrecht, also die essentiellen Begriffe kennen muss, muss man auch die bestehenden Grundsätze des Datenschutzrechts kennen, wenn man sich in dem Umfeld bewegen will und vor allen Dingen auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben beachten will. Da gibt es zum einen den Grundsatz der Datensparsamkeit. Es sollen also nur solche Daten verarbeitet werden, die für einen konkreten Zweck unbedingt notwendig sind. Wenn ich darüber hinaus noch Daten nehme, weil ich die zufällig gerne hätte oder weil die mein Marketingbild irgendwie abrunden und weil ich dadurch vielleicht noch ein paar Informationen zusätzlich bekomme, weil es dann so schön ist, weil sich dann das ganze Bild meines Kunden zum Beispiel abrundet. Dieses Bestreben gibt es natürlich. Es ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar, aber der Grundsatz der Datensparsamkeit sagt mir halt, ich brauche für den einen gewissen konkreten Zweck, also zum Beispiel die Versendung eines Newsletters oder die Erfüllung einer Bestellung, die in meinem Online-Shop hereinkommt oder auch für das Vertragsverhältnis zum Beispiel im Cloud-Computing. Da gibt es einen ganz konkreten Zweck und nur die für diesen Zweck vorgesehenen Daten darf ich auch tatsächlich erheben. Das ist der Punkt Datensparsamkeit. Daneben gibt es den Punkt Datenvermeidung. Soweit es geht, soll also auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten verzichtet werden. Und wenn möglich, soll ich die personenbezogenen Daten, die ich erhebe, auch noch anonymisieren oder pseudonymisieren. Das heißt unter dem Strich letztlich möglichst wenig personenbezogene Daten im Klartext. Natürlich braucht man gewisse personenbezogene Daten, um damit arbeiten zu können. Das ist unerlässlich. Aber soweit es eben geht, personenbezogene Daten außen vor lassen und nur die wirklich benötigten erheben. Und wenn es geht, halt auch in einzelnen Punkten vielleicht anonymisieren oder pseudonymisieren, dass eben kein Rückschluss auf die dahinterstehenden natürlichen Personen gezogen werden können. Ein ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiger Grundsatz ist der Grundsatz der Zweckbindung. Das heißt, die Daten, die ich erhebe, also die personenbezogenen Daten, dürfen nur für den konkreten Zweck, den ich vorher festlegen muss, erhoben werden und auch nur verwendet werden. Ich darf also nicht hingehen und sagen, ich nehme jetzt die Daten, die ich innerhalb einer Bestellung von einem Onlineshop erhalten habe und nehme die mal für meinen Werbeversand. Das darf also nicht passieren, sondern ich erhebe diese Daten in dem Moment für die Abwicklung der Bestellung. Wenn ich darüber hinaus noch Werbung verschicken will, ist das ein weiterer Zweck und ich muss entsprechend den Kunden dann in Form informieren und um seine Einwilligung bitten, dass ich ihm auch noch zusätzlich Werbung schicken darf. Und der Restriktion nicht genug. Das Datenschutzrecht sieht auch noch den Verbot mit Erlaubnisvorbehalt vor. Das heißt, grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten nur dann verarbeitet werden, wenn ich eine Einwilligung von Betroffenen habe oder wenn es das Gesetz mir ausdrücklich erlaubt. Mit Gesetz ist nicht nur das Bundesdatenschutzgesetz gemeint, sondern auch alle anderen gesetzlichen Regelungen, die dann vielleicht einen entsprechenden Erlaubnistatbestand im Datenschutzrecht darstellen. Also grundsätzlich die Erhebung von personenbezogenen Daten verboten. Zwei Ausnahmen. Entweder ich habe die Einwilligung des Betroffenen oder es steht ausdrücklich im Gesetz, dass ich diese Daten zu dem Zweck erheben darf. Nur aus den beiden Gründen darf ich eben personenbezogene Daten überhaupt erheben. Und das ist ein ganz zentraler, entscheidender Punkt im Datenschutzrecht, der letztendlich dieses hohe Datenschutzniveau, was wir in Deutschland und innerhalb der EU haben, auch letztlich gewährleistet.